Hallo! Hi! Hallo! Es ist schön, euch noch mal zu sehen vor Weihnachten. Hallo! Schön, euch zu sehen! Ich hoffe, es geht euch gut. Hi Leute! Hi! Hey! Oh Mann, voll schade, dass wir nicht alle gemeinsam Weihnachten feiern können. Na ja, das ist so schade. Es ist wirklich so schade einfach. Ja, ich weiß, aber das ist gar kein Problem. Ich würde vorschlagen, wir machen uns jetzt einfach ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung. Ein bisschen Weihnachtsmusik und ich habe da noch eine Idee. Ja, das ist hier. Ok, jetzt kann man glauben. Ich werde ein Representative machen. Jetzt müssen wir auf die Fer هad. Molly-Wilisik im Shaw Internetvernwerden in Norddeutsch. Pakistani- South tener Hell wird in Norddeutsch. Nein, irgendwas fehlt noch. Ein Weihnachtsbaum fehlt noch. Ich will ihn auch bei mir aufstellen. Hat Wer einen Weihnachtsbaum? Oh, Emily, warte. Da habe ich was für dich, warte. Dankeschön. Danke schön, Nathalie. Perfekt. Oh nein, Weihnachtskugeln fehlt noch. Hat wer von euch Weihnachtskugeln? Ja, voll. Ich habe tatsächlich eine Weihnachtskugel. Warte ganz kurz. So. Bis zum nächsten Mal. Cocktail time. O Anchor. Cheers! 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 Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!